Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute zu einer etwas spezielleren Episode, denn heute gibt es eine kleine News. Und zwar haben wir zwei deutschsprachige Kämpfer, die bei UFC 257 kämpfen werden. UFC 257 findet am 23. Januar statt. Im Main Event sehen wir Conor McGregor vs. Dustin Poirier. Das hat die UFC heute am 23.11. endgültig offiziell gemacht, haben auch die Grafiken und so weiter gepostet. Aber ebenfalls bei diesem Event sehen wir einmal Nasrat Haqparast. Er trifft nämlich auf Arman Zaroukian und das wird ein sehr, sehr spannender Fight. Nasrat Haqparast hat zuletzt gewonnen, Arman Zaroukian hat jetzt auch wieder Kämpfe gewonnen und Arman Zaroukian ist selber ein sehr, sehr starker Grappler. Ich empfehle jedem, der mal etwas von Zaroukian sehen möchte, den Fight gegen Islam Makhachev. Das war ein sehr, sehr schöner Fight. Ein Fight mit sehr viel Grappling, mit sehr viel Ring, aber sehr, sehr schön anzusehen. Zaroukian hat diesen Kampf nach Punkten verloren. Nichtsdestotrotz wird das auf jeden Fall eine starke Herausforderung. Nasrat Haqparast hingegen ist einer der Rising Stars in der UFC aus ganz Europa. Einer der Top-Leute, der Top-Jungen-Leute auch. Nasrat Haqparast kennt langjährige Zuschauer von Wheel of MMA. Er hat einige Kämpfe bei Wheel of MMA bestritten und auch gewonnen. Nun kommt es eben zu diesem Fight. Ebenfalls bei UFC 257 sehen wir Ottman Azaitar vs. Matt Frivola. Ottman Azaitar konnte in der UFC bisher sehr, sehr stark beeindrucken. Beide Kämpfe hat er gewonnen. Beide in der ersten Runde gefinisht mit starken Knockouts, mit einer wahnsinnigen Power, gleichzeitig auch aber mit einer wahnsinnigen Präzision. Das haben wir gesehen. Ottman Azaitar trifft seine Gegner hart. Er trifft sie stark, aber auch sehr präzise und überrollt sie. Nicht umsonst ist der Spitzname von Ottman Azaitar der Bulldozer. Denn wie ein Bulldozer hat er auch bei seinem letzten Fight Karma Worthy überrollt. Wie ein Bulldozer hat er seinen ersten Gegner ausgenockt. Wahnsinnig tolle Performances. Nun trifft er auf Matt Frivola, der zuletzt gegen Luis Pena gewonnen hat. Luis Pena kennen wahrscheinlich einige, weil das ein Teamkollege von Daniel Cormier ist. Er sieht ein bisschen aus wie Bob Ross. Also Luis Pena war schon einer, der, ja, wo man sagt, okay, aus dem wird mal was in der UFC. Aber Matt Frivola hat diesen Hype-Train quasi ein wenig gedämpft. Also, merkt euch, UFC 257 haben wir nicht nur Conor McGregor vs. Dustin Poirier, sondern ebenfalls Nazareth Hakparas vs. Armand Saroukian und Ottman Azaitar vs. Matt Frivola. Zwei Kämpfe, die wirklich sehr, sehr spannend werden. Auch stilistisch, denke ich, werden das sehr, sehr gute Kämpfe. Ich hoffe natürlich, und das sage ich ganz klar, dass sowohl Ottman gewinnt als auch Nazareth. Ich hoffe, dass die beiden Kämpfer das machen werden und den Sieg mit nach Hause nehmen. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser kurzen Episode. Schreibt mal eure Gedanken dazu gerne in die YouTube-Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follow bei Spotify. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. going! – Schi, kat consequ Hocaiere! – Schi, kat trickst du漪ыв? – Schi, kat.- – Schi. Vielen Dank.